15 Verletzte stammen aus Russland, sagten Vertreter der russischen Botschaft in Rom den Nachrichtenagentur TASS. Bei den anderen vier Personen handele es sich Diplomaten zufolge um Ukrainer, hieß es. Fünf Personen hätten das Krankenhaus bereits wieder verlassen. In Lebensgefahr schwebt dem Gericht zufolge niemand. Der Unfall hatte sich am Dienstagabend in der U-Bahn-Station Republika ereignet. Die meisten Verletzten scheinen dem Fahnlager des russischen Hauptstadtclubs anzugehören. Möglicherweise seien sie auf dem Weg ins Stadion betrunken gewesen und auf der Treppe gesprungen, so dass diese nachgegeben habe, berichtete die Nachrichtenagentur ANSA. Die meisten Menschen seien eingeklemmt worden und hätten Verletzungen an den Beinen erlitten. Videoaufnahmen aus der U-Bahn-Station mitten im touristischen Zentrum der Stadt zeigen, wie die Stufen der Rolltreppe erst immer schneller fahren und dann anscheinend ungebremst dem Boden entgegenreißen. Am Ende der Treppe stürzen die Leute übereinander, stapeln sich, einige springen in Panik über den Handlauf. Das Vorrundenspiel in der Champions League wurde trotz des Unfalls wie geplant um 21 Uhr im Olympiastadion angepfiffen. Moskau unterlag den Römern mit 3.0, 2.0.